Welcome back, es geht wieder rein in Clubs, in WRC Clubs, diesmal mit Skoda Motorsport. Wir fahren die letzte Rallye nach, Portugal im WC2 Bomber. Ich musste nur kurz gucken, was ist denn hier alles erlaubt und was nicht? Fahrhilfen Tuning, ne das wollte ich eigentlich nicht wissen, ich wollte eigentlich Richtung enormen Schaden gucken. Enormer Schaden ist aus. Das würde mich, glaube ich, zu Unfällen verleiten. Vielleicht war es doch nicht so klug, das nachzugucken. Nun rein geht's. Oh, wir dürfen doch die komplette WRC 2 Auswahl treffen, weil ich dachte, gerade bei Skoda Motorsport ist nur Skoda erlaubt. Aber jetzt habe ich ja schon Lackierung eingehauen für das aktuellste 22er Bomber. Nicht dat, nicht dat, nicht dat, nicht dat, nicht dat, nicht dat. Nicht dat, aber nicht dat. Alter, wie viele Lackierung gibt es denn hier? Nicht das? Oh, sieh. Das ist übrigens die neueste Lackierung. Andreas Mikkelsen Lackierung, das ist die aktuellste, soweit ich das mal rausgehört habe. Die 24er. Aber nein, wir nehmen dat, ja. Ja, ja. Ne Michelin. Event 1 von 1. Das Tolle ist, diesmal habe ich dann auch eine halbwegs okaye Championship Position. Weil, ist ja nur ein Event. Ich habe nichts ausgelassen. Ich werde in Zukunft nichts auslassen, weil es nur das eine Event. Aber, dennoch habe ich ein Setup. Ist das nicht was? Dieser Skoda scheint extrem beliebt zu sein. Weil Setups gab es einen Haufen. 202 Portugal Setups, aber an sich ein Haufen. Hier nochmal das Setup in schnell und in kurz präsentiert. Wunderherrlich. Oh nein, Shakedown. Ich wollte noch gucken, was für ein... Ich wollte eigentlich in die Reifen reingehen. Start 40, 1 links, viel Glück. Jetzt muss ich mal hier Auto anpassen. Ich muss hier zurück. Ich will schon wieder nicht stoppen, ne? Ei, ei, ei. Okay, das könnte dauern. Ich brauche eine richtige Position. So, das ist es. Das ist es. Wir können los. Achso, wir können nochmal schnell die Lackierung zeigen. Ja, das ist mich. Sieht man von der Seite perfekt. Die Kante, die war im Livery-Editor nicht da. Bei der Lufthutze. Das ist ja frech. Das ist ja wirklich frech. Da, wo ich wieder das Game vom Livery-Editor... Weil darauf habe ich absolut geachtet. Naja. Starten wir los. Oh, wow, 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 wow. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Schade Setup. Und vier rechts. Mach zu. In Welle. 50. 6 links über Kuppe. Und vier rechts. In vier rechts. Kurz über Kuppe. 40. Eins rechts. 30. Drei rechts scharf. Nicht schneiden. In links über kleine Kuppe. 30. Scharf links. Nicht schneiden. 30. Vier rechts. Innen. Und drei links. Nicht schneiden. Macht auf. In scharf rechts. Grob. Und vier links. Macht auf. In Kuppe. Und eins rechts. Der schiebt echt extrem gut an. In Kuppe. In drei links. Macht zu. 30. Setup oder einfach nur, weil es das 22er Auto ist und das neueste in der WNC-Klasse? Um zwei Jahre glaube ich das neueste. Und sechs rechts. Macht auf. Und macht zu. In fünf links. Der zweite neueste ist der Hyundai i20. Und vier rechts. Und vier links. Und vier links. Und vier links. Achtung. Rechts über Kuppe. 40. Abzweigung scharf rechts. Und eins rechts. 30. Leicht links. Und fünf links. Innen. 40. Ziel. Aber es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an, dass ich ein bisschen wenig vor das Feedback habe. Vielleicht stelle ich das nochmal schnell ein. Ähm. So. Und dann haben wir noch was zu reparieren. Karosserie. Sehr gut. Bang. Bei sieben Minuten dreißig. Oh, das ist viel. Die Reparaturzeit ist da wirklich sehr knapp bemessen. So. Und jetzt kann ich auch endlich mal auf die, äh. Ah, wir fahren. Acht. Und 16. Und dann Service Park. Dann, ich glaube, wir haben wieder acht Stages. Ja. Wir haben also Service Park und dann zweimal. Service Park und dann zweimal. Service Park dann zweimal. Okay. Alle zweimal Service Park. Das ist gut. Dann machen meine Reifen vielleicht. Ach gut, ich habe die jetzt eh schon genommen, ne? Scheiße. Na ja, gut. Reingeht's. Wir kommen zu Service Park und dann zweimal. Das Wochenendformat. Und hoffentlich habe ich nach der Rally endlich passende Helmchen freigeschaltet zum restlichen Anzugdesign. 5, 4, 3, 2, 1, go, 40, 1 links, macht auf, 50, 1 rechts scharf, langsam, 70, späte Kehre links. Ui. In Kuppe, 40, späte 4 links. Ich glaube, es gab keinen Shakedown. Die Prüfung fahre ich mich jetzt erst ein. 40, 4 rechts und 4 links über Kuppe. Das wäre verrückt, wenn ich jetzt einen Reifenplatten hätte. Aber enormen Schaden ist aus. Und 4 rechts und links über Kuppe, 30, 3 links und kehre links, kurz. Und 4 rechts, macht zu, in Welle, 50, 6 links über Kuppe und 4 rechts, in 4 rechts, kurz über Kuppe, 40, 1 rechts, 30, 3 rechts scharf, nicht schneiden, in links über kleine Kuppe, 30, scharf links, nicht schneiden, 30, 4 rechts, innen und 3 links, nicht schneiden. Macht auf, in scharf rechts, 2 und 4 links, macht auf, in Kuppe und 1 rechts, nicht schneiden, in Kuppe, in 3 links, macht zu, 30, 2 rechts, macht zu und 5 rechts, 30, kehre links und 6 rechts, macht auf und macht zu, in 5 links und 4 rechts und 4 links. 40, Achtung, rechts über Kuppe, 40, abzweigung, scharf rechts und 1 rechts, 30, leicht links und 5 links, innen, 40, 6 rechts über Kuppe, in 6 links, macht auf, macht zu, 5, in 4 rechts, 70, 1 links, 100, bergauf. Großer Sprung, 70, 3 rechts, 3 rechts, in 4 links, über Kuppe, 30, Kuppe und 5 rechts, kurz über Kuppe, 60, langsam, 6 links, lang, macht zu, 3, in Kuppe, sofort 3 rechts, in 1 links, kurz und 5 links, 30, 3 rechts, 3 rechts, macht zu, über Kuppe, 90, 5 links, langsam, 80, weitekehre rechts, 70, 6 rechts, 50. Jaja, der schöne Cut an der Stelle. 4 links über Kuppe, macht zu und 6 links, 40, Achtung, 6 rechts, macht zu, 4, macht auf, halb lang und Kuppe, langsam, in 6 links, macht zu, in Kuppe und sofort, 1 links, 30, 1 rechts, macht auf über Kuppe, 50. Abzweigung, scharf rechts, verdeckt, 60, 6 links, kurz, in Welle und leicht rechts, 30, Welle, in links, über Kuppe, langsam, 40, 1 links, 30, rechts über Welle, 40, 4 links, macht zu, 30, scharf rechts, 30, 5 links, und Welle, 30, langsam, kleiner Sprung, in 6 rechts, und 4 links, und Abzweigung, scharf rechts, in 3 links, halb lang, macht zu, 30, 4 rechts, macht auf und macht zu, nach Kreuzung, in leicht links, 120, langsam, Ich bin fliege schnell, um das zu behaupten, aber, 3 links, geht sofort, 3 links, 30, Abzweigung, weite kehre links, auf Asphalt, 120, Abzweigung, 4 rechts, auf Schotter, und Kuppe, 50, Kuppe, und leicht links, über Kuppe, sehr lang, langsam, und späte 3 rechts, lang, in Kuppe, in 6 links, Oh, 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 oh Ah, die Büsche. Hier hätte ich langsamer fahren müssen. Die Stelle kennt man, die Stelle ist reudig. Schade, ich wollte es gerne die Fliege bis der 100 rauszaubern. Hat nicht geklappt, nicht so gut. Okay, zum Schluss ein bisschen abgeschenkt. Aber dennoch zufrieden. Für die erste Fahrt ist das doch ganz okay. Gerade der erste und der zweite Sektor, die waren wirklich gut. Heia, over all are wahrscheinlich komplett gestompt worden, weil das hier eher noch eine geekigere Veranstaltung ist, als bei den anderen Clubs. 16 Kilometern. Ich habe kein Problem, in derart gibt es da schon einen Service Park. Das ist wirklich ein Luxus, wenn man in die Clubs geht. Nach jeder zweiten Stage Service Park. 5, 4, 3, 2, 1, go. 40, 1 links, macht auf. 50, 1 rechts scharf. Langsam, 70. Späte kehre links. Aber das ist aber jetzt schon eine schlechte Stage-Auswahl. Späte vier links. Jeder, der bei der letzten Stage nicht 100% am Handy war, der weiß warum. Auf Schotter. 40, 4 rechts. Und 4 links über Kuppe. Und 4 rechts. Und links über Kuppe. 30, 3 links. Und kehre links. Kurz. Und 4 rechts. Macht zu, in Welle. 50. 6 links über Kuppe. Und 4 rechts. In 4 rechts, kurz über Kuppe. 40, 1 rechts, 30. Oh, no. Nicht zurücksetzen. Nicht zurücksetzen. Bitte nicht. Bitte nicht zurücksetzen. 3 rechts scharf. Nicht schneiden. In links über Kuppe. 30, scharf links. Da habe ich immer Angst, dass er sagt, okay, gut, DNF. Die Stage machst du mal nicht zu Ende. Und 3 links. Nicht schneiden. Macht auf. In scharf rechts. Und 4 links. Macht auf. In Kuppe. Und 1 rechts. Nicht schneiden. In Kuppe. In 3 links. Macht zu. 30. 2 rechts. Macht zu. Und 5 rechts. 30. Kehre links. Und 6 rechts. Macht auf. Und macht zu. In 5 links. Und 4 rechts. Ein bisschen unsauberer. Und 4 links. 40. Achtung. Rechts über Kuppe. 40. Abzweigung scharf rechts. Und 1 rechts. 30. Leicht links. Und 5 links. Das ging nicht gut getritt. Ich wollte bewusst ein bisschen anfahren, aber das Ding war gut gesichert. 70. 1 links. 100. Bergauf. Großer Sprung. 70. 3 rechts kurz. In 4 links. Über Fälle. 30. Kuppe. Und 5 rechts. Kurz über Kuppe. 60. Langsam. 6 links. Lang. Macht zu. 3. In Kuppe. Sofort 3 rechts. In 1 links kurz. Und 5 links. 30. 3 rechts. Macht zu. Über Kuppe. 90. 5 links. Langsam. 80. Weite kehre rechts. 70. 6 rechts. 50. Das Ding dreht sich so unter das Bein. 4 links über Kuppe. Macht zu. Und 6 links. 40. Achtung. 6 rechts. Macht zu. 4. Macht auf. Halblang. Und Kuppe. Langsam. In 6 links. Macht zu. In Kuppe. Und sofort. 1 links. 30. 1 rechts. Macht auf. Über Kuppe. 50. Abzweigung. Scharf rechts. Verdeckt. 60. 6 links. Kurz. In Welle. Und leicht rechts. 30. Welle. In links über Kuppe. Langsam. 40. 1 links. 30. Rechts über Welle. 40. 4 links. Macht zu. 30. Das ist mir nicht so rausgehundert wie beim ersten Versuch. 30. Oh. Yo. Und Welle. 30. Langsam. Kleiner Sprung. In 6 rechts. Und 4 links. Und Abzweigung. Scharf rechts. Scheiße. Das ist ja wirklich un... Oh nein. Nein. Was? Wie kann man denn da zurückgesetzt werden? Spiel. Och. Come on. Alter. Das ist ja wirklich bescheuert. Ist das. 30 Sekunden. Für 10 Meter rausgefahren. Ey. Ist das also wirklich. Darf er noch nicht mal in Abhang oder sowas? Absolut unverhältnismäßig. Abzweigung. 4 rechts. Auf Schotter. Und Kuppe. 50. Kuppe. Und leicht links über Kuppe. Sehr lang. Langsam. Und späte 3 rechts. Lang. In Kuppe. In 6 links. Und Kuppe. In 5 links. 80. Wo man eigentlich langsamer fahren sollte, ne? Sprung. 90. Er kommt nach dem Dorf. Langsam. Rechts über Kuppe. 40. 1 links. Macht zu. 40. 2 rechts kurz. 50. Späte 1 links. Nicht schneiden. 30. 1 rechts. Macht auf. Und 6 rechts über Kuppe. Und späte 5 links. Über Kuppe. Nicht schneiden. In 2 rechts kurz. 80. Rechts über Kuppe. 60. 5 links. Durch Senke. 30. Kuppe. 100. 6 rechts über Sprung. Achtung. Und 6 links. Über großen Sprung. 70. Kleiner Sprung. 60. Der Busch. Ich bin wieder zurückgesetzt, weil das Spiel schlimm ist. bewusst nicht scheiße gesagt. Einfach nur schlimm. Langsam. Kuppe. 40. 2 links. Und 4 rechts. 30. Langsam. Leicht links. Leicht rechts. Und Abzweigung. Kehre links. 50. Leicht rechts. Halb lang. 50. 5 links. Über Welle. 30. 3 links. Innen. In Welle. Und 6 rechts über Kuppe. Lang. 50. Scharf rechts. Und früh 3 links. 50. 4 rechts kurz. In leicht links. Ich glaube, bei mir hat es geklingelt. Ach, scheiße. Warum klingeln die Leute? Wieso gut sind bei mir? Fuck. Okay, den maue ich draußen jetzt richtig an. Was klingelt der hier? Oh Gott, dass ein Antikat war. Scheiße. Okay, Portugal ist es nicht. Ich sag's wie es ist. Portugal ist es nicht. In 6 rechts. Kurz über Kuppe. Und leicht links über Kuppe. 140. Links über Sprung. Langsam. 70. Leicht rechts. In 6 links über Kuppe. 50. Rohr. Kehre rechts. Und 4 links. Macht auf. 50. Nach Kreuzung. Scharf links. Macht zu. Und 6 rechts. Und 6 rechts. In leicht links. Leicht rechts. In Kuppe. 30. 5 links. Halb lang. Wird enger. 40. Kurz. 5 rechts. 5 links. 50. Abzweigung scharf rechts. Auf Kuppstein. 30. Scharf links. Und 4 rechts kurz. Nicht schneiden. Und Abzweigung scharf links. 30. 3 links kurz. Nicht schneiden. Und 3 rechts. Macht auf. In 5 links. Nicht schneiden. 30. 4 rechts. Nicht schneiden. Und 3 links kurz. 40. Wow, warum kommt ich hier das Heck? Warum? Warum? Boah, was ist das für ein Setup? In Kuppe. Und 2 links. Lang. Und 3 rechts über Kuppe. Halb lang. 90. Leicht rechts. 40. 6 links. Macht zu. Über Kuppe. Und Abzweigung. 5 rechts. Auf Schotter. Halb lang. Macht zu. In Kuppe. Sofort 3 links. 40. 3 rechts über Kuppe. 30. 1 links. Und 2 rechts. Macht auf. In rechts über Kuppe. Sofort 6 links. Und 2 rechts. Schneiden. Und 3 links. Und Welle. In 4 links. Schneiden. 30. 3 rechts. Scharf über Kuppe. In 5 links. 40. 5 rechts kurz. 50. 6 links über Kuppe. 90. Leicht links über Kuppe. 50. 5 links kurz. Über Welle. Und links über Kuppe. Und 4 rechts über Kuppe. 50. Langsam. 6 links. Und 5 rechts. Macht zu. In 4 links. 4 rechts. Achtung. Und scharf links. Nicht schneiden. In 4 rechts. Macht auf. Und 5 rechts über Sprung. Nicht schneiden. 50. Achtung. 3 links über Kuppe. 40. Leicht rechts. Leicht links. Langsam. 90. Abzweigung. 1 rechts. 30. 4 rechts. Kurz über Sprung. In leicht links. Tiefe Senke. 40. 5 rechts. Macht zu. In 3 links kurz. Und Kuppe. 50. 3 rechts kurz. In links über Kuppe. In 4 links scharf. 30. 3 links. Durchsenke. In 3 rechts über Kuppe. Nicht schneiden. 90. 5 rechts. Kurz über Kuppe. In 6 links. Und 5 rechts. Macht zu. In leicht links. Und 4 rechts kurz. In leicht links. In große Kuppe. 60. Leicht rechts. In links übersprungen. Langsam. 100. Späte Schafe kehre links. Kurz. Das war ein heikler Part. Aber überraschenderweise fehlerfrei überlebt. Und 4 rechts. Macht zu. Über Kuppe. In 3 links kurz. Und links über Kuppe. 30. Scharf rechts. Und leicht links. In rechts über Kuppe. Sofort 5 links. In 6 rechts über Kuppe. 60. Langsam. 6 links. Halb lang. 50. Abzweigung. Scharf rechts. Auf Asphalt. 30. 5 rechts. Macht auf über Kuppe. 80. Links über kleine Kuppe. 50. 5 rechts. 80. Verdeckt. 3 links. Macht auf. 40. 5 links. Nach Kreuzung. 120. 6 rechts. Macht zu über Kuppe. Und 6 links. 30. 4 rechts über Kuppe. 100. 4 links. Innen. Und 5 rechts kurz. 60. Langsam. 6 links über Kuppe. 60. Auf Schotter. Abzweigung. Scharf links. Nicht schneiden. Und rechts über Kuppe. 60. 6 links. 80. Verdeckt. 2 rechts. 30. 4 links kurz. 30. Leicht rechts. Und 5 links. 30. Kuppe. In 5 rechts. In 5 links über Kuppe. Langsam. Und 6 links. In Kuppe. Und Abzweigung. Scharf rechts. 40. Und rechts über Kuppe. 40. 4 rechts scharf. War ein bisschen spät. In sofort 3 links. 50. 4 links. 60. Links über Kuppe. In 2 rechts kurz. In 6 links. Über Welle. 40. Halten. 3 rechts. Innen. In Kuppe. In 3 links. 40. Späte 4 rechts. Mach zu. Über Kuppe. Und 5 links. Scharf über Kuppe. Und 6 rechts. Durch Sänke. Oh mein Gott. Ich bin wirklich rausgetrieben. Ah scheiße. 5 Sekunden. Das ist wirklich schlechtestes Stage. Ich jemals gewahren bin. Von der Zeit her. In Welle. 60. 6 rechts über Kuppe. Im Clubs-Modus. Da habe ich der Karriere noch einiges Schlimmeres gerissen. Leicht links über Kuppe. In sofort leicht rechts. 100. Ziehe. Und kehre links. Bis Stop. Okay. Das ist eine Zeit von 13 Minuten. 18. Das war eine kleine Katastrophenfahrt. Oh. Wow. Hier wird man ja überall zurückgesetzt. Wahnsinn. Ich habe das Spiel mal für die Freiheiten gelobt. Dass man. Wo man überall lang fahren kann. Aber sobald ich das im Kopf habe. Ist glaube ich noch Dirt Rallye 2.0. Hat er noch die meisten Freiheiten. Trotzdem noch 144. Das geht ja noch. 2 Minuten. Äh 29 hinter P1. Aber hey. Das. Das wundert mich. Das wundert mich. In einem Rallye Spiel mit Traktionskontrolle fahren. I don't get it. Hallo Service Park. Ich brauche dich ganz, ganz, ganz dringend. Ähm. Gut aussehen müssen wir. Oh. Wir haben sogar noch viel Zeit. Das ist ja richtig gut. Kühler brauchen wir. Auspuff. Eigentlich eher weniger. Aufhängung. Ja. Getriebe braucht keine Sau. Also wirklich nicht. Free Dival Getriebe. Wie viel bräuchten wir. Wird noch nicht mal angezeigt. Okay. Perfekt. Ähm. Will ich nicht was austauschen? Einfach nur so auf Spaß? Ne. Das würde. Ne. Das schaffe ich wieder Zeit nicht. Huiuiui. Schnell weg. Ah. Gott oh Gott. Ich finde das so bescheuert. Ich kann nicht auf Teil erneuern gehen. Weil die Zeit schon so hoch ist. Wenn ich das ausmache. Kann ich Teil erneuern. Weil dann die Zeit da wäre. Ich kann aber jetzt nicht zurück auf Standard gehen. Weil das Spiel dumm ist. Und wenn ich das jetzt wieder alles besättet. Dann ist wieder alles auswählbar. Ich verstehe dieses Spiel manchmal auch einfach gar nicht. Nichtsdestotrotz. Wir kriegen alles Wichtige wieder gedeckelt. Und sind bereit für den nächsten Stage. Was machen wir eigentlich mit dem Ralf? Oh scheiße. Oh scheiße. Den geht es ja gar nicht gut. Den geht es ja gar nicht gut. Warum geht es denn so schlecht? Oh mein Gott. Warte mal. Jetzt muss ich aber kurz überlegen. Wir fahren jetzt 30. Acht. Okay. Ne warte mal. Wir nehmen jetzt die Harten mit. Und dann mit den Weichen müssen wir hier irgendwie zwei Stages überleben. Heidenei. Wir brauchen die fast Harten. Heidenei. Das ist der Weg. Aber. Ich würde sagen. Das ist der Weg für morgen. Morgen Heidenei. Heidenei. Bye. Have a great time. Bye. Bye.